Servus und hallo Leute, hier ist der Volle von Bruder Artcore Photography und heute ist das Thema selektive Farbkorrektur und ich sag's euch richtig, mal richtig hart formuliert und voll ins Gesicht, einer der geilsten Tools ever, was Bildbearbeitung und Photoshop zu bieten hat. Ich hab's früher ein bisschen stiefenmüderlich behandelt, das Ganze, hey, aber nach dem Intro geht es weiter. Super cool Leute, dass ihr dran geblieben seid, das Thema ist selektive Farbkorrektur und Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, weil ich ja einer bin, der relativ kontrastreiche Bilder macht, relativ, steigen wir auch hier ganz, ganz schnell ein, die ganze Geschichte und ich mach das jetzt mal hier weg und Leute, was soll ich sagen, also die selektive Farbkorrektur, Farbkorrektur, wie gesagt, hab ich bisschen früher, ähm, ja, stiefmüderlich behandelt, weil ich es einfach nicht so ganz gerafft hab, äh, was man da alles machen kann. Aber mit den Jahren lernt man ja dazu und, äh, guckt man sich ja auch bei anderen, ähm, Bildbearbeitern was ab und ich muss ganz ehrlich sagen, die selektive Farbkorrektur, ähm, ist ein Tool, was bei mir relativ oft, ja, eingesetzt wird. Und warum und wieso und weshalb werde ich euch zeigen, weil, ähm, mit der selektiven Farbkorrektur man relativ geile Farblooks schnell entwickeln kann. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt zeige ich es euch aber richtig. 5000 Mal gesagt, Volker. Ja! Okay, Leute. Da findet man die, äh, selektive Farbkorrektur, da klicken wir mal drauf und da haben wir die ganzen Farben hier. Also, da haben wir ja die Grundfarben, dann haben wir, äh, Zyrentöne und Magendatöne, dann weiß, grau und schwarz. Ähm, jetzt, hier wird wahrscheinlich in den Rottönen wahrscheinlich nichts passieren. Jetzt gehen wir mal in die Zyrentöne rein und versuchen mal, das zu ändern. Da passiert jetzt nicht so viel, äh, ganz ehrlich gesagt. Und, äh, in den Farben oder in den Grundfarben mache ich eigentlich fast auch nie was. Da bearbeite ich auch nie was. Also, was ich euch sagen will, und das ist auch ein relativ kurzer Tipp, ich gehe in die Grautöne rein. So, jetzt sind wir in der Grautöne und Stell, Achtung, wenn das jetzt bei euch, äh, auf relativ ist, stelle ich das immer auf absolut. Warum absolut? Weil es absolut abgeht. Ganz einfach. So kann man sich das merken. Es geht absolut ab. Fertig, bumm, aus. Und ich will jetzt diesen, ähm, Farbton, er ist so ein bisschen bläulich, äh, apropos, das ist der Tom, mega cooles, äh, Männermodel. Ähm, wenn ihr mal gescheite Männermodel sucht für Projekte, meldet euch beim Tom, weil Tom ist mega nice, mega Mensch, mega Model. Ja, also, sehr begeisternd. Ähm, so, und ich will jetzt praktisch dieses Bild von Blau in so einen nice, geilen, braun, bronze, whatever, mega geil halt eben ändern. Geil. Machen wir das halt eben mal. Ich dreh schon wieder durch. Ihr merkt's. Ähm, also, ihr müsst dann praktisch bei Kyan, Zyran, müsst ihr ein bisschen weiter rüber gehen. Gehen wir mal auf Minus, boah, können wir ein bisschen mehr Gas geben. Gehen wir mal auf 15. Und unten gehen wir mal, äh, da ein bisschen mehr Gelb rein. Äh, gehen wir mal auf 8. Und da machen wir noch ein bisschen, ja. Ne, tatsächlich noch mal zurück. Das ist so meine Einstellung am Prinzip. Für den braun, bronze Ton gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter hoch. Genau. Und jetzt, dieses Slider ist halt eben, ähm, auch sehr wichtig. Oder dieser Einstellung Slider. Der schwarze Slider. Also, wenn ihr jetzt, äh, ihn zum Beispiel nach links, dann wird er heller. Und wenn er nach rechts geht, geht er dunkel an. Seht ihr das, was da, äh, sich verändert? Es dürfte jetzt nicht so viel Gas geben, weil er ist echt mächtig. Und jetzt haben wir praktisch, also wirklich, in relativ, relativ kurzer Zeit, einen richtig geilen Farblook entwickelt. Was ziemlich geil ist. Also, Leute, und der Farbton, den können da auf jedes, oder, oder das, äh, die Einstellung von der, äh, selektiven Farbkurritur, können da auf jedes, jedes Bild drüber spiegeln, drüber klatschen. Und, wie auch immer, was ich dann auch noch gern mache, sind die Schwarztöne. Die Schwarztöne nehme ich auch noch ein bisschen rein, verändere ich aber das ein bisschen, also da gebe ich jetzt nicht so viel Gas. Minus 3, und da geben wir auch noch ein bisschen Rot dazu. Äh, und dann, wenn der jetzt praktisch mit dem Gelben auch noch ein bisschen mehr Gelb dazu gemacht hat, dann seht ihr, wie das so ein richtig geiler Braun-Nicing-Ton gibt. Und dann gebt er noch mal ein bisschen Schwarz dazu. Und, ey, fertig ist der Lack. Wie geil ist das denn? Also, ihr könnt es ja sehen. Also, mega cool. Ähm, natürlich könnt ihr jetzt da nicht so viel Gas geben. Würde ich jetzt eher dann praktisch so auf, äh, gut, 80 würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde jetzt auf 60 gehen. Aber wie geil ist das denn? Selektive Farbkorrektur. Leute, macht's nach, adaptiert das Ganze. Und was das Geile ist, Leute, ihr könnt diesen Farbton, ihr schnappt das jetzt mit der, ähm, linken Maustaste und zieht das da auf diese Registerkarte. Also, das ist ein anderes Bild, aber trotzdem immer noch der Tom. Bam! Ihr nehmt das wieder. Zack! Bam! Apropos, dieses Bild ist ein Cover-Bild. Wollte ich noch sagen, und zwar habe ich einen, äh, ja, äh, einen Videokurs rausgebracht, ähm, in der Corona-Zeit oder in der Corona-Krise, was ihr käuflich erwerben könnt. Und zwar ist es das hier, das ist das Cover-Bild vom Tom. Und, ähm, das Teil geht über eine Stunde, er hat über eine Stunde Laufzeit, und könnt ihr für 20 Euro, könnt ihr das ganze Ding kaufen. Da geht ihr bei mir auf die Seite, auf www.bruderartcore.de und dann geht ihr mal bei attraktive Produkte drauf und dann könnt ihr praktisch dieses Teil oder diesen Videokurs auch dann mächtig coole Sachen drin, äh, für, ja, Bildbearbeiter, die gerne mal ein bisschen so in die künstlerische und malerische Sache halt eben gehen wollen, so ein bisschen in die alten Meister. Ja, aber Leute, das nur mal Leben rum gesagt, ähm, weil ihr könnt ja sehen, was man hier alles mit der reselektiven Farbkorrektur machen kann. Also, ich kann das jetzt auch zum Beispiel, äh, hups, ich kann jetzt das auch da drüber ziehen. Bam! What? Was geht denn ab? Und dann tun wir noch ein bisschen das Ganze, äh, nicht so stark und machen das um 45 vielleicht. Leute, einfach cool, macht's nach. Das war's eigentlich schon wieder. Ach! So schnell geht Bildlook-Entwicklung in Photoshop. Wie gesagt, Leute, dann macht's bitte nach. Geht bei mir mal bei Instagram noch drauf, äh, und schaut da auch mal drauf und lasst ein Abo da und die Glocke. Ling-a-ling-a-ling! Ihr wisst ja, man muss es ja sagen bei YouTube. Nee, Leute, ey, ehrlich, mich würde es freuen, wenn da ein Abo da lassen wird, die Glocke, und dann geht er noch bei mir bei Instagram drauf. Da könnt ihr auch ab und zu noch reingucken. Gibt's ab und zu auch noch kleine Tipps, äh, um Bildbearbeitung. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Relativ... Relativ... Nee, selektive Farbkorrektur, Leute. Relativ... Selektive Farbkorrektur. Haben wir wieder was gelernt, Leute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bleibt am Ball!